Goldsuche im Yukon. Härteste Anforderungen an Mensch und Maschine. Ein solches Spezialfahrzeug ist auf der diesjährigen Messe Wächtersbach zu bestaunen. Ein speziell modifiziertes 30 Tonnen MAN Allradfahrgestell mit 430 PS und mit einem in Österreich hergestellten Spezialaufbau für extreme Gelände- und Umweltbedingungen. Das Fahrzeug geht im Juni diesen Jahres auf die Reise nach Kanada, wo es der Wächtersbacher Ingenieur Jörg Lotz zur Erkundung von Goldvorkommen übernehmen wird. Zu verfolgen ist dieses Abenteuer auch in der Reality-Show Goldrausch in Alaska auf DEMAX.